Ok Jungs und Mädels, wir haben noch eine gute Stunde ungefähr. Aufnahmeplatz. Spielen wir noch ein bisschen. Ich muss ein Quartner in die Schlange, um diesen Funktionen zu nutzen. Es ist leer. Ich muss ein Quartner in die Schlange. Ok, ok. Sandy, ist da nichts, was ich tun kann, um zu helfen? Ja, geh' diese Oxygen-Tank, mit Oxygen-Springen. Es ist nur eine Straße. Gut, dass ich die eingepackt hab'. Okay, wenn du so sagst. Ich sag' so. Jetzt geht's los. Ich muss gehen, Sandy. Aber ich werde zurück. See you around, Partner. Warum sieht das Seegrass hier vorne aus wie ein Dollar? Wenn du verstehst, was ich meine. Das ist sehr schön. Freut mich. Ok, hier kann ich mich tatsächlich... What the fuck? Ne, hier hatte ich irgendwann dann aufgehört, weil ich nicht mehr weiterkam. Ich geh' zu Oxygen-Springen, Resort und Spa. Unsere frischende Fountain der Luft rejuveniert und revitaliert. Wie kann ich dir helfen? Hi, ich wollte nur deine Oxygen-Tank für einen Moment nutzen. Warum, du wärst dir mehr als willkommen. Unfortunately, du seien nicht unser Dresscode zu treffen. Wir brauchen Jackets, du siehst. Jackets? Ist nicht jeder in da, die Schwimmsuute wehren? Nun, ja, sie sind. Aber bevor sie sich in der Schwimmsuute vermitteln, müssen sie sich Jackets verwenden. Oh, ich verstehe das. Natürlich ist das. Nur nicht über das zu viel. Und bitte zurück, wenn ihr unsere einfachen Dress-Requirements erfüllt habt. Oh, Carter-Sauce. Aber ich brauche wirklich ein bisschen Oxygen. Das ist wirklich wichtig. Ich verstehe. Was ich nicht sehe, ist ein Jacket. Das ist, weil ich einen nicht habe. Great, ich bin froh für dich. Also, äh, kann ich rein? Ich bin froh für dich. Ich bin froh für dich, was du nicht verstehst. Ich bin froh für dich. Hm, die brauchen. Okay, das bedeutet, dass du einen Jacket in den Kopf musst musst. Das ist eine sehr breit. Ich glaube, ich bin nur ein Kamerator, aber ich war nicht gestorben. Oh, komm mal, Tim. Ich bin mein, dein Junge Spongebob. Das Name bedeutet mir etwas? Weil es nicht. Bitte zurück, wenn du einen Jacket bekommst. Danke. Oh, Carter-Sauce. Ich glaube, ich hätte besser gehen können. Es war ein Spaß, dich zu filmen. Okay. Danke. Moment. Wo kriegen wir... Wir brauchen nur einen Ort, wo wir hingehen können. Ich glaube, ich habe keine Jacken mögliche. Ich�zaus. Ich habe keine Jacken gekämpft. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin froh für dich. Ich habe keine Jacken aus. Hm, okay. Nur Mitglieder. Eine Jacken flexible Jacken. Ich habe mich gefragt, was sie darstellen können. Gut, dass wir das so einfach reparieren konnten. Mit einem Klick. Währenddessen... Was ist das? Einige, die hier sieht sehr angreif. Was ist das hier? Streit im Nachbar-Zaun. Warum können wir nicht alle einfach zusammenkommen? Shit. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Moment. Ich hab die Oxygen-Dinger, die helfen mir aber nicht. Ich hab aber keine. Sandy, hast du eine Jacke dabei? Hi, Sandy. Sandy, they won't let me into Oxygen Springs. They said I don't meet the dress code. But you're wearing a tie. They said I need a jacket. Hmm. My old friend Cowfish Craig might have one you tomorrow. He lives in Waverly Hills. Try checking with him. Okay. In Waverly Hills. Hach. 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 Andy's Rocket sure took a beating when it landed here. Ah, jetzt können wir hier hin. Okay. Das macht die Sache einfacher. Oh, können wir die aufheben? Okay, das klingt wie eine... Das klingt nicht wie ein Affe. Das klingt wie eine Frau, die vergewaltigt wird. Okay, wer auch immer das den Affen-Sound aufgenommen hat. Äh, ich stelle mir da ein paar Fragen. Weiter, Waverly Hills mit den Neptun-Statuen. Äh, falls ihr mich gerade fragt, was ich da gerade getan habe, ich hab keine Ahnung. Ah, beim Springbrunnen. Ah! Ja. Okay, what the fu- Ah! Okay. Sorry, dass ich den Satz abgebrochen habe. Es tut mir leid, ich bin manchmal... Äh, ein bisschen freilich. Aber wir jetzt, äh... Ah! Oh, schau dich doch, wir können da rein. Ich glaube, das nächste beste, um zu reisen, ist, in einem Haus, das hat reingelt. Ja, das stimmt. Und da sind aber reiche Leute hier. Moment, was... Oh. Nein, ich möchte das wissen. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Oh mein Gott. Tomtree is leaning right high. How are you doing on this fine day? Not good. I'm angry. Warum? Why are you angry? The sun is shining. Your house is made of gold. Ja, gold, and it's all mine, you hear? You can't have it. Whoa, whoa, I don't want it. Why are you so upset? I'm sorry for yelling. It's just that no good neighbor of mine, Cowfish Craig. Not only does he make the whole neighborhood look bad by living in a tool shed, but he took one of my golden coconuts. Do you have any idea how long it takes to grow a golden coconut? Longer than a platinum plum? Not funny. Anyway, now I have to stay out here and guard my own property. Sheesh. Sheesh, digga. Maybe I can help you to get your golden coconut back. You would do that? I'll tell you what. You get my coconut back and I'll give you a king's ransom. A king's ransom, huh? Sounds good to me. Okay, I'll give it a try. Why would Cowfish Craig take one of your coconuts? Search me. He's probably angry at us for trying to buy out his land. But his shack is an eyesore. It's keeping all of our property values down. Well, he has as much right to live here as you do. Actually, he has more. He was here first. Waverly Hills was built around him. Well, there you go. That doesn't mean I have to be happy about it. Do you know where I could get a jacket? They won't let me into Oxygen Springs without one. I don't have any to lend you. Maybe you could get one from sublime Seafoods. They have lots of extras. Well, I gotta go. Please keep off the path. It'll tarnish. Oh, 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 come on. There has to be a better use for money than that. Ne? I have to squint, even look at that house. I wonder what kind of car he drives. That's a correct question. SpongeBob. That man, I guess, is a... I've heard. Okay, let's go. That shack looks a little out of place here. Ach, quatsch. Was zum Fick is that? Okay, all's clear. That looks like a makeshift oil drill. Shack, sweet shack. Interesting. Hmm, hello? Nice place you got here. Much obliged, partner. My name's SpongeBob Squarepants. What's your name? Folks around here call me Cowfish Craig. Not that I give two hoots what folks around here do. Aha! You're the one Sandy sent me to find. I should have known. May I call you Cowfish? I'm not too particular about names and such. A man is a man by virtue of his deeds, not his title. An urchin by any other name would still sting like crazy if you sat on it. Ouch! Oh, der, wir haben eine Menge Texte, mein lieben Freund, ne? Ich will nicht, Mr. Cowfish. Why don't you live in a big old mansion like all these other people? You think a man's house says something about him? I'll let you in on a little secret. A humble man is a happy man. Don't let yourself get caught up in all them our fancy hooplas. Before you know it, all your luxuries have turned into necessities. What about a heated pool? That'd be nice, huh? Yeah, actually a heated pool woodrock. Ah, man kennt das. Jeder hätt's gern. I spoke with your neighbor. He says you took one of his golden coconuts. Well, that figures. I didn't take nothing. He's got that darn palm tree hanging over my fence, dropping those silly shiny coconuts in my yard. I just picked one up to prove a point is all. He's always getting his shorts and a bunch about something. Well, um, you still have it. He'd really like it back. I ain't giving it back. Besides, I'm putting it to really good use. What are you using it for? A paperweight. It's real heavy. What if I find you a new paperweight? Ah, horsefellas. Alright, fine. If you can find something, you can replace it with, be my guest. It's just down the hall. Thank you, Mr. Calvester. Hey, do you have any idea where I could find a jacket? I need one to get into oxygen springs. Now, what would you want to go there for? Nothing there but guppies with their cellular telephones and their fancy shoes and their insurance... Ha, dieses Intranet. Don't bother. Well, actually, I really need to go there. It's the only place I can get oxygen to refuel my friends' rocket. Oh, well, in that case, I wish you luck. I lend you one of my jackets, but, eh, I don't own any. Sometimes I go down to sublime seafoods and they'll lend me a jacket, because they got a dress code, too. Oh, wait, that won't work. They always take it back when you're done eating. Hmm, maybe they'll let me use one for a while if I ask nicely. Could be, son, could be. But I doubt it. Well, I've got to go. Talk to you later. Get along, little doggy. Okay, hier ist doch... Looks like there's an old cowboy boot in there. Hier ist doch bestimmt eine Menge zum anklicken. No wonder he's friends with Sandy. They both have Texas on the brain. Das ist eigentlich ja. Äh, what the fuck? Machen wir jetzt hier für Sneaky Action. Haha! Guter Move. Wow! Okay, tauschen wir die vergewaltigte Frau aus gegen die goldene Kokosnuss. Vor allen Dingen hat der seine Rechnung hier drunter liegen. Okay. Those must be relative of cowfish grays. Those must be relative. Hello again. Howdy. Okay. Kann ich dem Hallo hier? I don't think that... Hello. Oh, okay. Interessiert ihn nicht? Okay, wir haben's getauscht. Alles klar. Tschüss, ne? Alter Mann. Okay, das ist das komische Creepy-Fie. So, jetzt geben wir die goldene Kokosnuss. Diesem netten Mann. Spongebob gehen schritt schneller. Nyaaah. Ich habe deinen goldenen Kokosnuss zurück. Oh, mein preciusen goldenen Kokosnuss. Mein preciusen, mein preciusen. Danke dir so viel, strange square-Thing. Lass mich dir deine Rewarden geben. Hier bist du. Ach! Ja, mit der Münze können wir anrufen. Well, ich brauche nicht viel Geld an mich. Sorry. Gee, danke. Da können wir auch mal tanzen, meine lieben Freunde. Okay, jetzt gehen wir hier hin und rufen an. 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4. Okay. 3 mal 5, 4 mal 4. Okay, Entschuldigung, ich habe gerülpsert. 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4. Man kann mit diesem Telefon nicht 1 bis 0 rufen. The top of a quaint hill that rises from the Cale forrests! The view is breathtaking! You are breathtaking! I'm not a madame. Oh, heh heh heh! I apologize, mademoiselle, how silly of me! Try again! Oh my goodness! A thousand apologies! Sir? You got it! Well, sir, we are very easy to find! Wir sind nur nach links des Waverley Hills. Groß, danke. Und du, Sir? Entschuldigung, ich passe einfach durch. Das ist was du denkst. Niemand kommt auf diese Stände ohne eine Invitation. Invitation? Zu was? Sublime Seafoods is having a party this evening to celebrate the unveiling of their new slogan. Sorry, it's by invitation only. Oh, really? What's the new slogan? I don't know. Something real catchy, I expect. Heh heh. Catchy. Seafood. Get it? No. I really need to get in there. It's extremely important. Well, you can't. Now shut up. Don't make me come out there. They don't call me the Bouncer for nothing. Please, please, Mr. Bouncer. I'll be your best friend. Okay, that does it. I'm coming out. Get ready to say hello to my little friend. Uh-oh. Hello. Now, why are you making such a commotion? Ha 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 ha. You're the best friend of the game. I thought we had already established that. Are you sure there's not a couple more you in there? What is this twaddle? The bottom line is this. No invitation. No entrance. Simple. Oh, alright. warum ist ja alles versperrt warum sind die alle wege versperrt okay komm hier nicht weiter da brauchen wir wir haben auch keine jacke wir haben nur hier 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 und hier die option da müssen wir doch hier oben irgendwas vergessen ich kann ich hier mit dem noch oder kann ich hier noch weiterlaufen jetzt nur wieder hoch Moment. Ne, okay. Sonnens raus. Hallo, ich... Out! Hallo, ich...